Oh nein, Kizaru ist aufgetaucht. Wir müssen jetzt richtig fliehen. Was? Sogeking? Wieso Sogeking? Wieso als Sogeking? Der ist doch kein Sogeking mehr. Warte, 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 was? Besiege? Fragezeichen. Und bevor sie sich treffen? Den oberen Fragezeichen muss ich bekämpfen. Okay. Ich denke mal, ich muss Kizaru besiegen. Den anderen kann ich nicht besiegen. Was? Okay. Ja, genau. 15.000? Wollt ihr mich verarschen? Wie du bist? Oh, der Typ ist mir vorbeigelaufen? Was? Ich bin zwar nur so ein kleiner Fisch. Aber gegen dich. Ich will was Foto an. Ich will was Foto an. Komm, 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 komm. Ah, das Seed-Kaum. Wo ist der Typ? In der Mitte, okay. Ich weiß, wie ich das mache. Bitte was? Der hat's überlebt. Komm schon, bitte. Ja, ich hab ihn erwischt. Äh, wie sind die denn jetzt in die Mitte gekommen? Zu Cento Maru? Wie sind die da hingekommen? Ja, ich hab ihn. Ah, okay, ich weiß jetzt, wie. Ich muss da schnell hin. Zu Cento Maru. Zu Cento Maru. Zu Cento Maru. Zu Cento Maru. Ja, sehr stark scheint er ja nicht zu sein. Oh nein, die Pazifister sind reaktiviert worden. So, dieser Attacke hat schon ziemlich viel Schaden angerichtet. Bitte? Der lebt noch? Oh, okay, nehme ich an. So, Ruffy fehlt als einzigstes noch. Oh, was kommt denn da an, geschissen? Und noch mehr Pazifister erschienen, was? Loh ist wieder da. Ja, Loh. Oh, okay. Oh. 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 Das war's für mich. Ohhhhhhh Ohhhh Oh, wenigstens den Erden-Pazifister weg. Komm, 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 Hilfe. Ist unterwegs, Shopper. Wo ist der andere Pazifist da? Ah, der ist tot, okay. Willst du mich verarschen, oder? Oh, bitte, was? Bevor er rebootet... Moment mal. Ja, klar, Sanji ist geflohen. Wie sollte es auch anders sein? Fick dich, Spiel. Fick dich. Muss ich jemand anderen nehmen? Leider. Hm, wie mich das gerade aufregt. Klar, ich wollte nicht zu Sanji, weil ich das Gefühl hatte, dass wenn ich dann... Das Fragezeichen dann in Gefahr ist. Warum, Sanji? Du kannst nicht. Aber hier steht ja, besiege alle Marienkommandanten mit Nami innerhalb des Zeitlimits. Haben wir geschafft. Deswegen brauche ich das gar nicht mehr zu machen. Deswegen... ...werde ich jetzt das Ganze mit... ...Ruffy spielen. Wir sehen uns dann bei der Stelle wieder. Bis gleich.